Hallo und willkommen zu einer kleinen Runde Hunger Games mit dem Intel Case. Wo haben wir ihn? Ich sehen konnte nicht. Blablabla. Ähm, naja, ich glaube ich bin ziemlich genau hinter diesem Mittenteil. Ja, perfekt. Ich bin mal die perfekte Wirklichkeit, um uns anzufangen. Gut, also kurz zusammengefasst. Survival Games kennt ja wohl jeder. Wir werden jetzt eine kleine Runde spielen. Ganz kurz, sind die Truhen da in der Mitte? Genau. Na gut. Wir beide werden jetzt im Team spielen und go. Und raus. Ich hab ne Hose und... Ja, ich hab nichts. Wo bist du? Ich hab was zu essen. Ich auch. Wo bist du? Ich geh grad in Richtung von der Brücke. Ich geh in Richtung Brücke. Äh, wo? Ihr fährt der Hängebrücke auf irgendwas. Alter. Ihr seht dich hinter dir. Ah ja, ich geh auf die Brücke drauf. Ja, hi. Hi. Okay. Okay, ich hab nur ne Kartoffeln und zwei rohe Hühner bekommen. Das ist nicht so geil. Okay, ich hab drei gebrannte Hühner, fünf Brot und neun rohes Schweinefleisch. Das ist echt nicht awesome. Hier ist ne Truhe. Hier ist ne Steinachs und Kettenschuhe. Ich geb dir mal die Kettenschuhe. Äh, oh danke. Äh, oh ja. Und da das eben etwas plötzlich war, hallo ich bin Angel Case. Ja. Nur was es zu vorstehen. Da ist noch ne Truhe. Okay, gut. Ein Holzschwert. Ist dran. Ah cool. Krieg ich das Holzschwert oder die Axt? Ja. Nehm nur das Holzschwert, ich hab die Steinachs. Was ist echt? Hinter uns ist einer. Ist er? Okay, gut. Oh, das sieht ziemlich unbewaffnet aus. Ah, kommt schon. Ach komm, lass uns bevor wir alle unser Essen verbrauchen. Wir haben genug Essen. Ah, der ist aber, der ist weg. Okay. Gehen wir mal weiter in die Richtung hier. Okay. Mir scheint sonst keiner langgegangen zu sein. Ja. Ähm, lauf aber nicht so weit weg von mir. Hab keinen Bock, dass jetzt irgendeiner von uns bei uns stirbt. Jo. Wir wollen das gewinnen! Weißt du eigentlich, wie das Prinzip von Hangar Games Aufnahmen geht? Ähm, töten? Nein, Hangar Games Aufnahmen. Ähm, was gibt's da für ein spezielles Prinzip? Ganz einfach. Du hast zu lange gespielt und aufgenommen, bis du eine gute Runde hast, wo du gewinnst. Na gut. Ne, jetzt mal im Ernst. Das ist bei voll vielen YouTubern so. Du siehst wirklich teilweise... Naja. Äh, lass mal ins Haus gehen, das glaub ich. Wäre auch... Wäre auch dumm, eine Runde hochzuladen, in der man in den ersten 5 Sekunden krepiert ist. Ja ne, aber es ist wirklich so, dass bei jeder Aufnahme die immer gewinnen. Hm, dann würde ich sagen, wir machen sie jetzt einfach mal wie die Pros und sterben einfach nicht. Ich töte sie alle. Okay. Okay, wenn ich alle töten soll, dann komm her. Ähm, ja. Äh, sind hier keine Truhen versteckt? Das wundern mich jetzt aber auch ein bisschen. Ist hier wirklich gar nichts. Was denn das? Als ob hier kein Jump to Run gab, doch, aber nein. Wir können die Umgebung nicht zerstören, oder? Du läufst auch mal jeder Truhe vorbei. Oh, nein, können wir nicht. Ich habe ein Steinschwert. Ah, cool. Wie viel Damage hat da das Holzschwert? Ah, Truhe ist hier drin. Komm mal da ran. Ach so. Ah. Hat nur 2 gebraten und wo kann das nachsehen? Äh, 4. Ah, okay, dann... Ja, lass mal wieder rausgehen und ein paar Spieler suchen. Werde ich gleich noch ein bisschen... Klingt gut. Da hinten war gerade einer. Wo? Am Ende der Brücke. Warte, was ist meine Render Distance? Sekunde... Render Distance 13 Chance. So. Ah, bei mir will sich die Map teilweise nicht aufbauen. Oh, bei mir geht eigentlich alles gerade ganz gut. Haben wir da eigentlich schon mal reingeguckt? Nur hier ist ein Kuchen drin. Ah, perfekt. Ähm, hast du genug zu essen? Äh, ich habe jetzt 2 gebratene Hähnchen und eine Kartoffel. Sollte fürs Erste reichen. Oh ja, und 2 Uhr. Warte. Nimm doch die gebratenen. Hier. Okay, danke. Das sollte eine reichen. Ich hab noch Brote, ich hab noch Kürbiskuchen. Wie viele leben noch so? Hm, einige. Da vorne ist, äh, fighten welche. Ja. Oh, die sehen etwas besser ausgerüstet aus als wir. Ähm. Äh. Das ging jetzt verdammt schnell. Das ging jetzt verdammt schnell. Der hat mich getu-hitted. Und hat er mich getu-hitted. Okay. Okay. Das war's dann auch schon mit der Aufnahme. Das ging schnell. Bis dann. Hm. So, da das gerade ein bisschen sehr schnell vorbei ging, machen wir jetzt nochmal eine Aufnahme. So. Ich bin gerade am Suchen. Wo bist du? Angegamesklappe, die zweite. Ich stehe hier, ähm, irgendwo. Ich seh dich nicht. Ja. Wir treffen uns jetzt gleich. Äh. Keine Ahnung. Wieso lauf ich nicht? Hm. Ich hab der Z eine Angel bekommen. Ich hab... Äh, ich hab einen Bogen und einen Kompass. Wo bist du? Ah, da. Ich seh dich. Keine Ahnung, mein Spiel ist abgestürzt. Nee, du bist noch hier. Ähm, wow, lauf... Ah, okay, jetzt geht's, okay. Gut. Uff, Lederweste. Äh, gut, einer ist schon gestorben. Oh, die Schotzeit ist zu Ende. Da ist ne Truhe. Die ist leer. Ja, ich wollt grad sagen, das sind ganz viele Spieler, äh, verpissen uns hier rein. Ja. Hm, ich kann jetzt jetzt ein paar Spiele angeln. Ja. Das ist ein Schalter. Ähm. Hat... LOL, jetzt seh ich dir jetzt, was er sein soll. Das ist ein Panzer. Oh, Panzer, okay. Ja, da oben läuft wer. Er neben dir. Au, au, ich lauf weg. Ja, lauf, 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 lauf. Du, 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 du. Ich denk... Aua, ah, fuck. Ich bin schon... Aua. Du hast wenigstens Rüstung. Ich nicht. Hi. Ah, da war grad... Ja. Ich würde mich jetzt gerne der sie-mäßig einfach umgucken können. Au, ah, fuck. Au. Manu. Was hat er denn, bitteschön? Vorsicht, du hast noch von zwei Leuten verfolgt. Okay. Immer noch? Ah, weiß nicht. Ich bin tot. Ich versuch dich gerade zu finden am Zuschauer-Modus. Ja, die sind immer noch hinter mir und ich bin, glaub ich, auch tot. Ja. Oh. Hm. Okay. Zwei Spiele gespielt und zwei Spiele verloren. Hm. Das darfst du gar nicht mehr zählen. Kein Kill. Zwei Mal direkt geklatscht. Gut. Ich bin dafür, du nimmst die Folgen trotz- also die verkackten Folgen trotzdem mit rein und spielst sie dafür dreifache Geschwindigkeit ab. Oh Gott. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Und es geht weiter. Die letzte Runde wahrscheinlich für heute. Ein Versuch ist es wert. Äh. Pass mal. Ich hab ganz schön coolen Kram. Wo kommt meine raus? Ich hab Angst. Ich hab ne Lederrüstung und nen Holzpferd. Ich hab ein Goldschwert und, äh, ne Goldrüstung und Essen und Lederhelm. Und wo bist du? Nein. Ich hab ein Goldschwert gedroppt. Hüpp. Äh. Ich renne grad einfach in irgendeine Richtung, weil ich Angst habe. Okay. Ja. Ich hab irgend so nen Typen am Arsch. Ja. Ich auch schon. Und ich glaub ich bin jetzt schon tot. Weil ich irgendwie nicht renne. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Dein? Ja. Ich hab einen Typen gekillt. Äh. Der greift mich mit ner Angel an. Ach. Du bist nach dem Bessern. Ich bin hinter dir. Okay. Gut. Ja, ja. Ich komm mal von der Seite. Fo- Ähm. Dein Ernst? Ich bin tot. Ich bin's. Oh Mann. Das darfst doch keinem erzähln. Du hast es aufgenommen also. Alter. Ich bin doch so ein Vollhonk. Gut. Das war's dann mit dieser Runde. Mit diesen drei Runden Survival Games. Drei Runden gespielt. Drei Runden verkatt. Ich bin für dreifache Geschwindigkeit und nie ein Katmusik. Sag ich doch. Und ja, das spricht mal Kat aus. Nicht Kat. Auf jeden Fall. Und für Idioten die das noch nicht wussten. Gut. Ich würd sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö. Tschö.